halli hallo hier ist der gusura ich will euch mal ein paar ja fights zeigen ich guck gerade mal so ich habe jetzt gesagt hier kommt ich heute mal ein paar sachen raus ich guck mal gerade rein und suche euch da das beste raus also hier haben wir eine dev klar logisch und derjenige hat nicht wirklich einen plan glaube ich ja pecker klar ganz ganz klare sache das ist auch immer wieder das ding den möchte ich gerne ja ich hätte gleich erneut abspielen drücken können sorry war mein fehler das ist halt wirklich so pecker und bogey queen geht gar nicht ist nicht drin da muss die queen gleich geraged werden ansonsten ist da total ende weil pecker haut wirklich ein maximal zweimal drauf und guck mal das ist eine 34 queen die hält echt was aus und das ist hier richtig hier ich mache noch mal richtig schön dicht ran und guckt mal ein hit und noch ein hit ok der zweite dann aber zu spät geraged und dann war es schon ende wie gesagt mit loons eben genau dasselbe bei loons hat man den vorteil wenn man halt noch ein gift hat gut ok kommen gift gedroppt passt die sind langsam genug und dann gehen die down kein ding aber bei der pecker ist das spiel zu ende da muss man wirklich im richtigen moment ragen dass die halt wirklich auch gleich down geht das war eine richtig richtig krasse kombo auf jeden fall farm boy haut raus der ist echt übel am farm also er sagt sich gut ok komm ich habe hier loot ist mir vollkommen egal dann geht halt eben auch mal ein paar gehen halt mal papa pokies flöten egal ich will meinem namen alle ehre machen so jetzt rasiert da unten ein bisschen ab ganz klare geschichte hier weil halt min und sammler sind gut voll und ich sag mal an an prozenten kriegt er da ja auch schon was ganz klare nummer dann gucken wir mal was er dann macht also ich meine 13 der king ist ja natürlich echt nix so jetzt kommt damit ok ich hätte ja eher erst die golems vorgesetzt und dann die peckers aber gut scheint ja geklappt zu haben so klein moment ich muss den überblick behalten also adler artillerie wurde gefreezt klar und der entfernung wurde auch getroffen ja sehr gut der freeze hat richtig gut gesessen hier komm adler artillerie weg ja und jetzt natürlich klar ich meine der single entfernung der rupt natürlich richtig was weg aber die truppen sind kurzzeitig unsterblich sehr geil da haut ja noch ein toaster raus alter ich glaube es nicht junge und den kompletten loot bekommen hat den kompletten loot mega nice und dann noch mal ganz dekadent nein wir könnten ja abbrechen warum denn warum denn warum denn nein ich hau rauf ich hau rauf bis zum ende ich könnte ja noch das kleine prozentchen bekommen war richtig edel wie im cw so nee also richtig richtig nice und dann halt noch mal ein bisschen was an pokalen zusätzlich sogar noch was will man mehr der war auch mega geil vom vom loot her hier guck mal also wie gesagt ich habe es ja in einem der vorherigen videos schon mal erwähnt der loot ist hier im oberen bereich vollkommen in ordnung also wirklich klar wir kriegen natürlich mit dem liga bonus eh schon richtig gut wenn man es halt nicht verkackt klar aber kriegen wir eh schon richtig richtig gut unseren loot zusammen aber momentan kann ich mich echt nicht beschweren als wäre hier nichts los weil so im meisterbereich war ja echt so ein bisschen die durststrecke dass man gesagt hat hier ist ja nicht so viel los hier schön im gift drinnen auf jeden fall ja ich meine war halt auch townhall teilweise townhall 8 halt klar und was ich eben auch am anfang gesehen habe halt wirklich golems vor halt und dann halt dann wirklich die hexe ganz weit hinten die andersrum die golems kam erst später aber die die hexe halt ganz ganz weit hinten dass die halt wirklich schon ihre skelette spawnen konnte das war richtig richtig cool jetzt machen wir mal ein bisschen schneller hier und die queen ist halt eben dann noch mal hin und dann noch mal zurück aber das hat man oft was ich gut fand bei der queen war ich habe es jetzt nur sehr schnell gemacht aber sie hat sich dann noch mal umentschieden hat gesagt gut okay komm ich gehe noch mal auf den boogie turm weil der natürlich viel mehr gehittet hat das war richtig nice easy also da wäre noch einiges gegangen sage ich mal da hätte sogar noch platz gewesen für 4 star also jetzt gucken wir mal der 187 er haut raus muss ich jetzt erstmal seine combo anschauen eine sehr interessante also ich gehe mal fast davon aus aber mit dem einen riesen kriegt man nichts wirklich down sage ich jetzt mal dass man jetzt gesagt hätte gut okay wir schicken wirklich ein paar truppen vor die machen schon mal eine luftabwehr kalt oder so was das ist hier definitiv nicht der fall bin ich mal gespannt wie das hier läuft und mit dem ich muss ganz ehrlich sagen mit dem haste spell es wurde auch in einem video von einem englischen youtuber gesagt hier haste spell vollkommen ausreichend weil die loons halt selber so extrem viel kraft haben dass die gar nicht geraged werden müssen das ist auch die haben echt mega kraft ganz klare sache aber ich stehe doch lieber da wenn dann einen ordentlichen rage da weiß ich was ich habe und fertig okay also du hattest hier die luftabwehr weg da die luftabwehr weg und dann denke ich mal die die erste hälfte dass du schon deine 50 prozent hast sage ich mal gehe ich einfach davon aus weil wenn du noch mehr jetzt an einer stelle angegriffen hättest dann hätte man gesagt gut okay kommen hier er will aufs townhall gehen aber so wie es mir so wie du jetzt angegriffen hast würde ich sagen gehst du auf die 50 prozent dass du sagst gut okay kommen ich will die 50 sicher machen und dann passt das single inferno single inferno ganz klare nummer hier und das ist halt eben wieder so eine sache wo ich sage alter ich würde das vor druck nicht aushalten weil ich weiß nicht bei den bei den lufttruppen ist mir das immer so eine so eine schaffe ich schaffe ich nicht schaffe ich also mit der queen ist es halt wirklich so klar ich kann die natürlich auch total fail droppen und so was logisch aber mit den lufttruppen da kann so viel dazwischen kommen ist meine meinung deswegen ist mir das ein bisschen zu tricky muss ich ganz ehrlich sagen da halte ich mich echt zurück hier natürlich jetzt gesagt gut okay kommen ich hole noch hier die prozente und dann okay hier den riesen als ablenkung und dann halt die sicheren 50 prozent gesucht na wie ich gesagt habe halt sonst hättest du halt wirklich gesagt gut okay ich spamm mein ganzes zeug hier dass die halt wirklich in richtung rathaus rennen und dann schauen wir was geht aber hier habe ich mir schon gedacht wirst du das so machen dass du sagst komm ich mache hier die 50 prozent und dann passt das bei lion force guck mal auch guckt euch mal den loot an bitte guckt euch bitte mal den loot an und dann natürlich auch eine ganz schön krass komische base hier townhall 8 niveau teilweise hier townhall 9 die queen auf 11 das ist natürlich loot pur hier also das geht natürlich richtig weg wie nix und da muss man auch sagen wenn die infernus halt so mittig stehen ich meine wenn ich halt außen meine 50 prozent habe dann sind die gegessen und fertig und das mit der 25er queen und dem dem großen wächter würde ich denken ganz genau wird das noch eine sache die noch weiter nach innen geht das heißt einfach so außen abgrasen ist hier nicht hier wird garantiert noch mal richtig angegriffen ganz genau hier der erste inferno denke ich geht hier down ja der ist down der musste auch down gehen ihr seht selber drache wäre fast weg gewesen 59 prozent schon und hier hat man auch noch mal die die wirklich die weite die reichweite von dem großen wächter gesehen so krass jetzt genau queen geraged einwandfrei und genau jetzt hat die freien zugang sozusagen zum dunklen auch noch mal die ja 400 waren es in dem fall ungefähr einfach mal mitgenommen ja klar der wächter der reißt ja nicht wirklich viel weg aber die reichweite ist es halt wieder da haben wir eben wieder dieses thema auch wenn wenn man sich sagt so krass wie wie gut der ist und wie auch immer von der von hitpoints her selber ist er ja nicht der dröscher muss man ja mal sagen der ist halt so ein bisschen wie ich sage mal so ein bisschen wie die hexe kann halt von hinten was aber so als eigene eigenständiges gerät ist ja immer so eine sache aber von der reichweite ist natürlich mega also besonders wenn ich jetzt wirklich am ende des cw ist zum beispiel bin und habe den großen wächter halt noch und sitzt dann da und der muss nicht wer weiß wie wer weiß wie rumspringen und so weiter und so fort und kann mit der reichweite schon richtig was machen das ist natürlich mega nice auf jeden fall ich hoffe die fights haben euch gefallen ich würde gern noch ein paar davon bringen in nächsten videos dass ihr einfach ein bisschen seht wie es so abläuft und dann eben auch logischerweise wieder ein paar ja live fights von mir dass ihr seht wie ich mich hier so mit der queen schlage im bereich queen walk in champ das war's von mir ja auch rein